Ich als Pumpe habe für euch ausprobiert, ob man mit einer Tüte weißen Pulver und Pillen durch den Security Check am Flughafen ist. Angekommen am Flughafen, habe ich dann einfach meinen Koffer auf das Gepäckband gestellt und gehofft. Denn ihr wisst ja, ohne Proteine kein Urlaub. Ich bin schon mal angekommen, jetzt müssen wir nur noch schauen, ob das Gepäck mit mir angekommen ist. Was sage ich euch Leute, habt keine Angst Supplements mitzunehmen. Es funktioniert. Für mehr solcher lebenswichtigen Tipps folgt doch gerne mal rein.